Speichern jederzeit, aber laden erst, wenn es wirklich nicht mehr anders geht. Zum Beispiel wegen Aufnahmepause. Ah ja genau, hier ist der Hinterausgang. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich letztes Mal zufällig die richtige Kombination gekriegt habe. Aber ich probiere es einfach nochmal. Ich habe erst die rechte Statue gedrückt. Und dann habe ich die linke Statue gedrückt. Ich bin mir nicht sicher, ob die Rüstung da mit drin hängt. Ne, tut sie nicht. Okay, dann einmal noch die Rüstung auslösen. Hoppla. Um hier möglichst viel Zerstörung zu hinterlassen. Und dann ab nach draußen. Also dem Soldaten hier kann man scheinbar überhaupt nicht entkommen. Das ist der Kampf, der unbedingt sein muss. Ich glaube, weil da oben oder direkt um die Ecke Richtung Treppe kommt nochmal einer. Ich sollte echt rausfinden, wie man mit denen reden muss, damit die einen durchlassen. Ah, wobei, ich habe ja jetzt die Kleidung. Die ist glaube ich hier. Oder lag die oben? War die nicht hier drin? Wenn hier die Kleidung liegt, dann kann ich dem vielleicht einreden, dass ich zum Schloss gehöre. Ja, genau. Das rechts funktioniert nicht. Deswegen benutze ich die DIN-Uniform. Und ziehe dich hinter dem Zensurschild um. Dann mal los. Ich glaube, hier kommt gleich eine Wache von oben. Ja, genau. Und der erzähle ich jetzt, dass ich ein DIN-Uniform bin und dem Oberst. Ich bin doch hier. Wo ist die Küche? Okay, okay, okay. Sobald ich meinen Auftrag beendet habe. Ja. Nehmen Sie schon mal meine Hand. Nein, nein, nein. Ja, da habe ich zu schlecht geschaltet. Ist das so, dass die gelbe Ausdauer sich wieder auffüllt? Das ist ja gut. Gut zu wissen. Kann ich mich jetzt noch ein bisschen zurückhalten? Meine Regeln rät sich glaube ich ein bisschen schneller. Ah, ne, doch nicht. Haut zu und unten. Ja, diesmal hat er gar nicht so viel Ausdauer verloren. Und die 15 Mark vom letzten Mal, genau, die waren bei dem, nicht bei dem anderen. Die habe ich wohl verwechselt. So, ab nach oben. Ich glaube, ich speichere vorher. Ah, ich speichere oben. Da wird schon nichts passieren. Sagte er und starb. Ja, hallöchen. Da. So. F5, F5, geht nicht. Mist. Ah, nein, war hier nicht die eine Wache. Verdammt. Na ja, diesmal immerhin mit ein bisschen Ausdauer. Das könnte sogar gehen. Nein, doch nicht. Aber hier kann man speichern. So, und weil das im zweiten Stock ist, wird das der Spielstand 5.2. Also, das ist Aufnahme speichern wir mal. Hallo, 5.5.2. Genau. Aufnahme speichern wir mal. Das ist mir klar. Ich dachte am Anfang, ich speichere nach jeder Folge, aber das ist irgendwie zu unflexibel. Nach Aufnahme oder während der Aufnahme ist eigentlich besser. Weil manchmal, so wie jetzt, bietet es sich an zu speichern, ohne dass eine Folge zu Ende wäre. Und andersrum gibt es aber Folgen, die gehen zu Ende, aber es lohnt sich einfach nicht zu speichern. So, da oben war der Wächter. Verdammt, da ist noch einer. Kann ich den abpassen? Ich glaube, ja. Komm, jetzt schnell, jetzt schnell hier rüber. Und, und, da rein, da rein, schnell. Schnell, schnell rein, rein, rein mit dir. Oh, das geht. Oh, man kann weglaufen. Das ist ja gut, das wusste ich gar nicht. Hm, da geht's nach unten. Kann man nicht gerade von unten hoch? Mal schauen, ob man das hinführt. Oh, oh. Ja, ich bin ein Diener meiner Fäuste. Ähm, nein. Das klappt so nicht. Ja, das ist der schlechte Abspann. Ich hätte lieber den guten Abspann so nach dem Spiel geschafft. Der heilige Gral ist gerettet. Und, so, der hat sich ja gerade drüber ausgelassen, dass Indy die falsche Kleidung trägt. Also. Wie, was war denn das? Meinst du, der hat vielleicht die Musik, die gerade eingespielt wurde? Zu seinen Ehren? Wenn er seine Kleidung anzieht? Vielleicht. So, mal schauen. Und schnell weg. Halt, halt. Da rein. Ja. Ist ja lustig, dass sie nicht hinterher kommen. Ah, schon wieder eine Truhe. Aber, das ist ein anderer Gang. Äh, ein anderes Zimmer. Was ist denn da so tolles drin? Ein Uniform! Oh, wow. Noch was? Nein. Dann wieder schließen. Keinen Verdacht erwecken. Und benutze die Uniform. Wie, zu klein. Och, nö. Oh. Dann, dann zieh sie doch mal zurecht. Äh, schau sie mal an. Eine Offiziersuniform, die ihm viel zu klein ist. Warte. Ah, da ist was in der Tasche. Der Schlüssel. Der Schlüssel für die anderen Uniform. Genau. Wirf die Uniform weg. Wobei, ja, stimmt eigentlich. Wenn diese eh nicht passt, dann braucht er sie auch nicht. So ist jetzt die Wache direkt vorm Zimmer. Ich hoffe ja nicht. Doch, verdammt. Doch, verdammt. Nein, schnell hier weg. Nein. Kampf gegen zwei. Oh nein. Geht das? Oder jetzt erstmal gegen die eine? Ah, ein Sperrgebiet. Äh, ich soll den Gefangenen vernehmen. Und ich bin der Nachfolger von Dietrich. Nie von ihm gehört. Dann passen sie jetzt genau. Oh, verdammt. Das klappt nicht. Oh, der hat gesessen. Jetzt hau rein. Hau rein. Das Kampfsystem ist irgendwie nicht ganz das Wahre. Vielleicht bin ich auch einfach zu schlecht. Vielleicht auch beides. Nein. Er ist gar nicht tot. Ich kann es beweisen. Indem ich nämlich diesen Spielstand lade. Ach ja, The Fate of Atlantis. Das wird ja beim Laden immer eingeblendet. So als Werbung. Das ist das nächste Point-and-Click-Adventure. Von... Und mit Indiana Jones. Da gibt es glaube ich keinen Film zu. Aber ich wurde gefragt, ob ich das denn spielen würde. Und ich denke, das könnte ich durchaus tun. Wenn ich dieses Spiel hier erfolgreich beendet habe. Wenn ich wieder fit bin. Nach der... Ja... Nach der Operation. Morgen. Und wie gesagt, wenn dieses Spiel durch ist, dann... Bräuchte ich eh ein neues... Ein neues Projekt. Insofern... Gerne. Warum nicht? Ich hab's nur nicht. Ich bin mir auch noch nicht sicher... Oh, 50 Mark. Ob das nicht schon so alt ist, dass man das irgendwie... ...kostenlos irgendwo kriegt. Oder zumindest legal. Sich kopieren darf. Keine Ahnung, muss ich mir ja schaumachen. Wenn ihr da mehr wisst, dann... ...dürft ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Oder mir sonst wie die Info zukommen lassen. So, bei dem waren wir jetzt noch nicht mit der Diener-Verkleidung. Und ich seh grad, die Folgenzeit ist eigentlich abgelaufen. Aber gut, das hier, das hier, das gibt's noch. In dieser Folge. Verdammt, ein Diener hat hier nichts verloren. Nein! Äh, ups. Zu hoch gedrückt. Jetzt, jetzt. Oh. Ach, nö. Gut. Das war's dann wohl für diese Folge. Ach komm, ein Versuch noch in der Lederjacke. Ein Versuch noch. Und wenn das nicht klappt, dann... ...gibt's einen Folgen-Schnitt. Verdammt, ich hab die... Aha, nein. Die Diener-Uniform, Mann. Ich, Idiot. Nein, 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 nein. Du sollst da nicht reinlaufen. Du sollst da wieder raus. Na gut, dann mach ich dich halt eben platt. Kann ja nicht so schwer sein. Da. Okay, doch. Vielleicht hätte ich am Anfang doch mehr trainieren sollen. Da in der Turnhalle. So, jetzt aber nochmal mit der Lederjacke. So. Und. Stopp. Nicht draufklicken. So, und dann. Die Lederjacke anziehen. Eigentlich. Ja. Genau. So. Na jetzt. Was war denn das? Doch, da meint er tatsächlich diese Melodie. Hätte ja vorhin auch, dass das Türöffnen sein kann. Dass irgendwie das Gewinde... Äh, nicht Gewinde. Das Scharnier geknatzt hat oder so. Aber nee, das ist die Melodie. Sie dürfen nicht in dieses Stockwerk. Nein. Oh, der haut immer sofort los, oder? Jetzt, jetzt, geh mal weg. Geh, 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 geh. Und hier, der haut oben. Block oben. Block unten. Nein, block oben. Na gut, das war's dann für diese Folge. Und, äh... Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.